Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghostbrew in Whitelands im Rollplay. Jetzt bin ich fast wieder überfahren. Mit Wann war unser Sanitöter? Hallo. Knabe, unser Commander. Falsches Alter. Ja. Und Reaper und Sniper. Los, wir haben noch keine Zeit. Jaja, gib Kette. Und Feuerpfeier mit den Farikaden. Ich hab noch nicht befrühstückt, ich bin dann am Ende. Panzerkekse? Ne, Rügenwürmchen. Die hast du dir heimlich eingesteckt, oder? Du willst gar nicht wissen, was sicher zu machen. Ja, wahrscheinlich kein bisschen Ausrüstung und alles bestenfolgt. Ich muss geleitet werden, falls ich Fehler mache. Nach vorne nach rechts. Oha, da ist ein Konvoi direkt, den wir einholen. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ne, aber da hat auch ein Heli dabei. Also, seid vorsichtig. Aber ich höre den Helikopter. Äh... Zum Glück haben wir keinen mit dem Raketen-Draffer dabei. So ist ein Reaper. Sonst hätte der statt Raketen Pringels Schachten einstecken. Da vorne wieder nach rechts. So. Ich glaube, das wird ganz entspannt. Ich glaube, das ist ein Lieutenant vor uns, oder? Ja. Den lassen wir erst mal Lieutenant zahlen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Doch, doch. Also, wir sind jetzt gleich an der Kurve, wo er quasi kommt. Da müssen wir jetzt nach links. Hier? Ja. Damit wir entgegenkommen. Äh... Was wussten wir mit dem Fahrer machen? Verhör. Nicht erschießen. Okay. Er kommt uns jetzt gleich entgegen. Der hier? Also vorsichtig. Nee, nee. Das ist ein Truck. Hinter der Kurve. Jetzt kommt er. Der LKW. Nehmen wir die Reifen ohne Beschuss. Der Truck steht. Schaut euch den Fahrer an. Mal sehen, wer der Typ ist. Buch? Können wir ihn noch verhören? Was ist er denn? Wenn er nicht das Auto daneben stehen würde, vielleicht. Wann war... Da sitzt gar keiner mehr drin, oder? Ich meine, ich hätte nie jemanden drin gesehen. Nee, ich auch nicht. Schon beim Hinfahren war da keiner. Das ist ein autonom fahrender Tesla LKW. Wurden wir jetzt verarscht? Haben wir für die Detektorbat gemacht und jetzt hinten alles abgebrannt? Hm. Dann holen wir noch zwei Hände raus. Das ist aber. Ähm. Ähm. Äh. Also das... Ein bisschen ab. War echt... Unglücklich. Oder ist er hier irgendwie den Straßengraben runtergefallen? Meinst du, ich den Schwung der Explosion? Aber weiß er nie. Die Kartellpritzen, die haben doch alle so ein komisches typisches Ding da, Implantat in hier reingesetzt. So eine kleine Pop. Ich kann jetzt keine Obduktion machen, hier. Ähm. Nutz mal Wärmebild. Vielleicht sehen wir ihn dann. Das Ding ist kalt. Hm. Er ist tot. Oh. Irgendwie unsicher auswärts. Ja, auch nicht. Meine Biomaske ist auch da aufmix. Hier ist kein Stil weit und breit. Haben sie uns verarscht. Ähm. Merkwürdig. Aber wahrscheinlich eine LKW da einfach nur zur Ableckung hier mitführt. Vielleicht war ja nicht tot genug. Moment. Also ich hab die aus dem Lager. Das Zeug. Waren wir. Ladung ist scharf. In Position. Ähm. Wo du die schon wieder mitgehen lassen hast. Das frage ich mich immer wieder. Ich möchte nicht wissen, wo er die vor allem unter versteckt. Ja, okay. Das will ich auch nicht wissen. Hm? Die waren zu schnell unterwegs. Dort kann es natürlich auch sein, dass das hier nur eine Ableckung war. Hm. Dass sie über solche Fälle mehrere rumfahren lassen. Ich sehe auf den GPS keine Ahnung. Hm. Raus aus dem Auto. Sofort. Machen sie es nicht schwerer als nötig. Moment. Ich fahre. Er hat nicht genug Power, um ihn wegzuschieben. Das ist ganz schön merkwürdig. Nerd, nerd. Versuch mal von hinten. Kannst du ihn ein bisschen wegschieben? Waren wir? Ja, wir versuchen es alle gerade. Richtig. Gib dir mal ein bisschen Unterstützung, Geno. Ähm. Das wird gleich schlimmer. Achtung. Das ist schlecht. Aua. Mein guter Lack. Gut. Das ist doch so nur Lack. Mann. Ich brauche deine Autobruder. Raus. Vielleicht kriegen wir ein neues Signal, wenn wir uns erstmal ein bisschen von dem hier entfernen. Ey. Scheiße, Mann. Wird das jetzt ein Destruction-Job hier? Da war... Aaaaah. Junge, legst du dich dafür an? Oh. Die Zivilbevölkerung... Halt mich da bitte raus. Also die... Die... Scheiße. Scheiße. Also keine Ahnung. Irgendwie scheint es nicht so funktionieren. Ne. Irgendwie glaube ich, dass da ein Fehler in der Matrix vorliegt. Also ich denke, wir entfernen uns mal ein Stückchen von dem hier und gucken, ob wir ein Neues klarkriegen. Dann müsst ihr dich noch einpacken. Wo bist du? Ähm, hier. Du kannst bei mir einsteigen. Hier. Das Auto qualmt wenigstens noch nicht im Gegensatz zu Reapers und... Und wann war's? Das ist kein Qualm. Das ist einfach nur Diesel. Ohne Euro 4. Ja, du hast einen schlechten Katzen drin. Ohhhh. Wie ist denn du warst? Ja, Euro 4. Vorsichtig fahren, ne? Ja, ich habe keine Satelliten unterstützen, dass ich weiß... Oh Gott. Ich stehe im Fluss. Und ich stehe im Wald, wenn Wammus noch weiter macht. Sie sind hier geradeaus in den Fluss gefahren. Waren wir? Ja, mir geht's gut. Siehst du irgendwo unser Auto? Nein. Ab, seh dich. Ja. Hups. Warte, ich rutsch rüber, du kannst fahren. Ja, oder so. Dann fahr ich. Wir müssen ja eh erstmal nur irgendwo hin. Ich stehe auf einer Karte, hier auf der Linksgruppe. Ähm. Ihr nähert euch mir. Wenn ihr bei der nächsten Straße nach links abbiegt, findet ihr mich. Oh. Äh. 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 Das Auto? Ja. Welches denn sonst? Ich hatte jetzt gerade ne Karte gefunden gehabt und hab mal drauf geguckt. Äh. Die. Wir haben keine Markierung mehr. Die Markierung ist weg. Die Markierung ist weg. Ist heute da. Vielleicht sollte es so sein. Was ist denn du? Hallo? Irgendwelche Probleme? Hehehe. Keine Ahnung. Also. Ich sehe hier im Gebiet gar nichts mehr vor uns. Dann müssen wir wohl woanders hin. Ja. Ich würde vorschlagen einmal das Gebiet verlassen und dann wieder rein. Vielleicht gibt es ja da. Ja. Aber über die Straße weg. Ja. Aber über die Straße weg. Ja. Können wir auch mal. Geht glaube ich schneller. Wann war der noch mal? Ja. Danke ist gut. Oh man. Wir haben ja auch noch eine. Hier am Checkpoint können wir auch noch mal kurz eben zwischen halten. Kann man kurz stoppen. Das ist nicht. Bezieht auf die Kunst. Achso. Oh. Ähm. Tango getroffen. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Da sitzt noch einer geradeaus. Nicht mehr lange. Der ist tot. Einer ist noch im Häuschen. Okay. Was haben wir hier? Waffenthalter. Die im Häuschen schläft. Hier drin gibt es Ausrüstung. Im Waffenthal. Hier hinten sind Nachschübe. Jo. Hier ist ne Waffenkiste. Hm. Schick. Passt gut zu meinen Stiefeln. Die haben hier neue Fahrzeuge. Das ist auch gut. Ja. Bloß wie lange die noch so aussehen. Ah. Bis zum. Bis der kaputt gehen würde ich sagen. Auch mal andere Minute. So. Wo hin? Ähm. Hier hinterm Checkpoint. Links rein. Ich weiß nicht wo wir grad hier sind. Sollen wir mit Scott Mitchell reden? Wer ist denn Scott Mitchell? Das ist dein ganz alter Hund. Sein Alias ist Griffin. Oh. Er ist Leiter der Ghost Einheit. Hm. Ja. Ich bin eh nur über ein Superunternehmen hier drin. Warte. Ich weiß ja nicht wen ihr in eurer Ausbildung hattet. Aber der Kerl der hat mir alles beigebracht. Nach rechts. Also ich hatte einen Captain Price. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht das sieht man laufen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oh da ist ein Flughafen. Oder? Nee. Guck mal. Hier gleich nach links. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist ein Flughafen. Ich dachte das wäre eine Straße. Und ich sehe da hinten schon das. Das ist ein Störgerät. Wir sind nicht nach links abgewogen. Kann ich hier auch nicht. Ja. Wir sind trotzdem irgendwie im falschen Weg. Also wenn ich mir das hier so anschaue würde ich bitte sagen wir zerstören keinerlei Inventar. Hier in der Kurve müsste es irgendwo nach rechts gehen. Hm. Negativ. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Ach da. Da jetzt nach rechts. Das war eben unser links. Und wenn Griffin hier ist und der schon Hilfe anfordert dann äh ne. Oh! Oh! Oh. Hey. Ei, ei, ei. Nach links. Toll. Herzlichen bitte, danke. Weißt du, der hat wie ein Kratzer ins Auto gemacht. Das ist... Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wenn einer Kratzer in dein Auto machen darfst, dann nur du. Dann nicht, genau. Da vorne ist ein Feldweg. Da müssen wir rechts rein. Vorbei. Ach, da ist er. Er ist nur eine kleine Art. Deswegen... Irgendwo hier müsste er auf dem Berg sein. Würdest du vielleicht die Wandereien in Ruhe lassen? Hier geradeaus oder jetzt im Schritt in rechts. Das ist eine Straße. Aber... Die haben hier nicht auf einer Straße zu fahren. Wir sind da. Was ist das denn für Musik? Also, für... meinen Kopfhörern. Hey, Boss! Alter Arschkrampe. Jawohl! ... ... ... Welches? In Bolivien gibt's wohl noch mehr als nur waffenfähiges Kokain. Sie haben Uran unter all den Pflanzen entdeckt und begonnen, es zu fördern. Scheiße. Es kommt noch schlimmer. Wir haben Informationen, dass russische Ultranationalisten dabei helfen und einen Teil abbekommen. Ganz sicher? Wir haben einen Ghost vor Ort. Einen aufgeweckten Jungen, der die UNIDAD als russischer Agent infiltriert hat. Code Name... Little Brother. Süß. Die UNIDAD schickt bald Uranproben an Russland. Die müssen wir abfangen. Kontaktieren Sie Little Brother. Er führt Sie durch den Einsatz. Verstanden. Inklusive. Mhm. Okay. Ich muss noch ein Stück zurück, da ist das. Also Uran könnte ich auch gebrauchen. Das willst du nicht haben. Oh Mann. Mitchell mischt jetzt in Bolivien mit. Ich hab also Scheißdisch nicht eingerostet. Niemals. Sobald er zurück im Gefecht ist, kommt das von allein. Wir bringen die Band wieder zusammen. Alle aufmunitioniert? Mhm. Positiv. Sehr schön. So will ich das sehen. Oh. Guck mal hier. Kaum ist das Schäffel immer ausgeschoren, hat da wieder die geilen Karren dabei. Ja, schöne Lederausstattung. Kannst. Ja. Rechts runter da hat die große Straße. Ich hoffe ich bereue das nicht. Wobei runter ist das falsche Wort. Ja. Die Straße und jetzt hier nach links. Fehler und kann der Wagen auch. Oh. Hallo. Ja zumindest. Ich hab nix gespürt. Ja. Sie sagt, es ist fast noch auf der Avocado. Was? Äh. Hier nach links. Senderanlage der Rebellen gesichtet. Lass sie uns wieder. Das bringt garantiert ein paar Kartellschergen auf den Plan. Da vorne in der Kurve halten wir an. Little brother, you're a nomad. Oh scheiße, nennen sie mich nicht so. Kann das nicht was cooleres sein? Was? Weiß nicht. Vielleicht space? Ich mag space. Ich mag space. Wenn sie ihn nicht mögen, klären sie das mit Griffin. Scheiße. Alles klar. Alter Mann. Wir haben einen engen Zeitplan. Wie ist die Lage? Wir haben den Ort abgestattet. Wir kommen nur per Fallschirm. Wir kommen nur per Fallschirm. Ich hoffe wir haben Fallschirm nochmal. Endo? Ja. Welche Begrüßung erwartet uns? Also. Ziehen. Wenn du in der Luft bist. Ziehen. Ihr braucht doch nicht die Schuhe aus. Aua. Irgendwas. Das hat mich in meinem Hintern gebissen. Seid lieb zueinander. Oh. Basejump. Jawoll ja. Äh. Also ich bekomme gerade noch eine Info. Ja. Ich krieg auch gerade Nachrichten auf mein Handy. Glaubst du wirklich wir können dem Typen trauen? Nur die Star Wars im Training. Gryffin springt auch nicht in einer Uni der Basis ab. Manchmal muss man einfach Vertrauen haben. In Gott meinst du. Und Gryffin. Okay. In Gryffin. In Gryffin. Und in mich. Tschüss. Weißleine ziehen. Los. Wir sehen uns unten. Wollt ihr Hund nicht? Was? Also. Ich hab schon. Mein Job gesichert. Anscheinend. Ja. Äh. Okay. Fallschirm auf. Gut. Ich hatte nen. Qualitativ. Mindywertigen. Fallschirm. Wo genau waren wir runter? Einfach. Geradeaus. Weiter. Das ist jetzt nicht. Passiert. Malz. Hier vorne zu den ersten drei Gebäuden. Unterstände. Verstanden. Unterstände. Genau. Ich bin leider da reingelandet. Ich bin gleich da. Seid vorsichtig Leute. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Hier ist ne Tür. Ich bin ein bisschen hoch. Gutes Manöver. Ja. Ich geh da mal die Treppe. Mach mal eben den Turm sauber. Ha. Loll. Hahaha. Da kommt mir ja jemand entgegen. Turm ist sauber. Hallo. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Hast du den kleinen kleinen Bruder nicht gehört? Also der befindet sich. Van der Kost noch ne Weile. Ja. Zum Glück ist nicht ne Lücke im Zaun. Ja. Sonst wärs kritisch. Wo fliegt der denn um drei Gottes Namen? Der fliegt nicht. Mein Fallschirm hat sich verabschiedet nach ner Sekunde. Das tut's nicht. Sie wird gestört. Aha. Drone ist weg. Ja. Wir sollten alle zu viert vorgehen. Wir warten jetzt auf Wann und dann drauf geht's. Ich bin da. Ziel Nummer zwei. Da. Sehe einen dritten. Bei der drei sind mehrere Personen. Laut Missionsbriefing heißt das nur wir dürfen nicht entdeckt werden, aber töten dürfen wir oder wie siehts aus? Ähm. Ich kann nochmal genau in die Daten gucken. Unentdeckt steht nichts von anderen Sachen. Wir sollen zu Little Brother also der ist hier beim Gebäude. Hier bei dem wo ich vorstehe? Bei dem LKW? Ja. Also ich kenn nur Big. Soll ne gute Bildungssendung sein. Ja was du schon wieder im Fernsehen guckst weiß ich nicht. Hanno wo bist du? Oh ich hab ihn. Direkt. Der ist hier. Gold. Kommt rein Jungs. Und Mädels. Unten in der Halle? Unten in der Halle. Ja er sitzt hier. Hi. Schön dass ihr es geschafft habt. Wir kennen unseren Job. Mittlerweile hat die Unidad die Ladung im Hubschrauber und wartet nur noch darauf sie von hier weg zu schaffen. Warum haben sie sich den Vogel nicht einfach geschnappt? So einfach ist das nicht. Die schreiben hier Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt und nur der Pilot kennt den Code. Also schnappen wir ihn und seinen Code. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Halssporn doch allein regeln können. Der Code ändert sich täglich. Und dann? Nicht jeder weiß wie man so ein Ding fliegt. Scheiße. Na dann. Wow. Was zur Hölle ist das? Alter was? Ja. Mein ordentlicher Tarnanzug. Reaktive Tarnung? Seit wann? Das ist nur ein Prototyp von Skeletech. Ich soll ihn im Einsatz ausprobieren. Merken Sie mich auch für einen vor? Irgendwann vielleicht. Oh shit. Können wir den Typ nicht einfach K.O. schlagen und wir nehmen das Ding? Ich hätte so ein Teil gerne. Also ich habe ja mit mehreren Kollegen, die hießen auch Nomad und Psycho und so geredet. Sie sollen da wohl mit dem Träger verbunden sein über Biosubstanzen. Also würde das nichts werden. Oha. Vorne sind jede Menge Gegner. Wie sieht es jetzt aus? Unentdeckt bleiben und Feuer? Unentdeckt. Oder was haben wir? Ähm ich weiß nicht. Ich denke bei so großen Massen ist es nicht sinnvoll zu schießen. Ja alles andere wäre reiner Selbstmord. Achtet auch auf den Tower. Links hinter den Zelten eventuell. Ja wir sollten uns links halten. Es bringt nichts nach rechts zu gehen. Äh wie ist das mit dem Drohneneinsatz? Der war gestört oder? Der Drohnenschlössender ist nach vorne. Direkt vor uns. Den könnten wir ausschalten dann wird es leichter. Dann mal hier durch die Halle. Kommen wir überhaupt bis zu dem Störseinsatz? Oh Vorsicht. Ripper kannst du ihn ausschalten? Schach mal. Der hätte es ihn noch irgendwo hinbringen können wo man ihn nicht sieht. Yes. Wachsam bleiben. Mhm. Aber der Typ macht mich wahnsinnig. Ich frage nicht auf welche Art und Weise. Mhm. Ich mein schnuckeliges Gesicht hat er ja. Was ist mit der Flugabwehr? Achtung Vorsicht. Wir sollten die Generatoren lahmlegen. Wir haben uns bemerkt. Aber nur. Wir müssen die Generatoren ausschalten hat der Kerl gerade gesagt. Wo haben wir die Dinger denn? Also. Wahrscheinlich hier hinten. Oder? Vorsicht. Vorsicht. Die Jungs kommen hier. Ja. Ich sehe die zwei Personen die bewegen sich gerade nicht. Aber weißt du. Er steht hier mit seiner scheiß Tarnung. Enno und ich. Wir könnten theoretisch um den Stopp. Ja. Enno und ich könnten hier um den Generator herum. Und die vielleicht. Ja. Nee. Nee. Oh Gott. Oh Gott. Enno siehst du die vier. Die ist ja nah. Die müsste eigentlich fast ausgeschalten werden. Ja. Wir müssten auf die andere Seite. Und dann von hinten am besten an den Rahmen. Reaper kannst du das machen? An die vier. Reaper wo bist du hin? Ich bin hier. Beim Störsender. Ja. Wir gehen rüber zu den Zelten. Und dann. Von da aus. Von hinten an die vier ran. Okay. Wollen wir den Störsender nicht abschalten? Ich könnte es jetzt eh schnell machen. Der Störsender ist gerade frei. Moment. Ich geh hin. Ja. Dann mach das. Dann kann ich euch mit der Drohne besser helfen. Ich hoffe die sehen die Drohne nicht so schnell. Zu Not etwas höher steigen. Der Störsender scheint rot zu sein. Mhm. Störsender ist aus. Sehr schön. Drohne fliegt. Ja. Okay. Okay. Bis zur vier könntet ihr gut kommen. Um den auszuschalten. Der ist auch alleine. Ah ja. Ich sehe es gerade. Den kann man hier gut erreichen von hinten. Den wird sich Reaper wohl schnappen. Naja. Ich kaufe mir den Kerl jetzt. Ja. Ich habe ihn auch von hinten. Amaria ist sauber. Ich hole den Kerl da rein. Ist glaube ich gut. Da steht einer direkt am Generator. Mit dem Rücken zum Generator zum Glück. Aber trotzdem. Okay. Okay. So. Der Typ schläft. Momentan tarnt sich unser Freund. Äh. Keine Ahnung. Geh mal nach unten. Du Scheiße. Der Energieaufwand vielleicht. Ja. Mag sein. Oder weil wir gerade noch sicher in Position sind. Jetzt. Jetzt wieder. So. Wo müssen wir hin? Ähm. Theoretisch weiter in die Richtung der anderen Amaria. Da ist auch noch unter dem Unterstand eine Waffenkiste. Okay. Aber die Richtung ist das wo wir hin wollen. Das Problem ist die drei ist direkt beim Generator. Das heißt den können wir schlecht ausschalten. Aber wir müssen eigentlich. Ja. Das denke ich. Holen wir uns erstmal hier die Waffenkiste. Da vorne steht ein Panzer. Ja. Den würde ich nehmen. Wenn das nicht ein bisschen laut wäre. Wartet. Waffenkiste entdeckt. Die Nachbar Amaria ist auch sauber. Aber als nächstes ist halt die vier im Weg. Geil. Das kann ich gar brauchen. Die vier? Die drei meinst du? Beide. Die vier ist halt weiter in die Richtung wo wir hin müssen. Ich habe euch gerade aus den Augen verloren seit der Richtung Panzer. Ich bin bei der zweiten Amaria. Da wo ich den Typen vorhin weggeschleift habe. Da stehe ich gerade. Ich sehe die drei. Ich lauf einmal rüber zu euch. Da wo die Waffenkiste sind. Ich sehe ein Luftabwehrsystem. Die drei schläft da. Ich habe den Katilans auswischen und ein Versorgungshed für die Rebellen kapern. Dadurch gewinnen wir doppelt. Ich habe leider eure Position verloren. Generator. Generator okay. Generator ist drei oder? Ja. Ja. Ich bin bei der drei aber ich kann sie nicht greifen. Die würde mich senken. Moment. Ich weiß nicht wenn... Meint ihr die guckt nach wenn der Generator jetzt ausgeschaltet wird? Ja. Wahrscheinlich. Ich komme hier nicht. Ihr würdet auch Geräusche machen wenn ihr das Tor aufmacht oder? Negativ. Äh ich kann die drei von hier sehen. Schusssicher sehen. Äh. Verhalt sie mal im Auge. Sie kommt gleich auf. Sie bewegt sich gerade auch. Ja. Versteckt euch erstmal beim Generator. Das ist gut dass er weg geht. Weil ich glaube dahinter wäre nämlich ein explosives Fass gewesen. Zumindest aus dem Winkel wo du geguckt hast. Guckt der Kerl hin. Negativ. Der ist jetzt guckt gerade in Richtung meine Richtung. Also nicht in Richtung deine. Der ist bei der Tankstelle. Ja. Schlecht sonst werde ich ihn jetzt schnell ausgeschaltet. Ja ich kann ihn halt ausschalten. Ich weiß nicht wie viele Schüsse ich brauche mit einer MK17. Das ist ziemlich gut gepanzert. Also ich glaube dass der einfach Schüsse aushält. Ja Mann. Vorsicht. Der schläft. Mann diese Flugabwehr ist ne echte Plage. Okay Generator ist aus. Und. Und jetzt wird es dunkel. Gute Nacht. Dass sie hier keine redundanten Stromsysteme haben. Das wundert mich gerade. Ich schließe mal wieder zu euch auf. Ich gehe mal ins Gebäude rein. Hier ist es zu warm. Ah ich frage Reaper. Haben wir jetzt Gebäude das von der Tankstelle? Ja. Tankstelle. Hier ist nur Notstrombeleuchtung. So da ist jetzt einer der popelt auf dem Fußboden irgendwas. Hier ist auch die Flugabwehr. Die ist abgeschaltet. Okay. Ich denke mal wir sind jetzt zum Heli oder? Alter die Tarnung ist ja mega assi. Ziel Nummer 10. Da. Vorsicht Franva. Vorsicht. Da kommen welche. Oh ja danke. Es sind zwei. Theoretisch könnten wir die beiden ausschalten. Ähm. Ich leg mich hin hinlegen 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 hinlegen. Ja. Wir müssen noch den Piloten finden. Also ich habe die Sicht auf den hinteren. Äh eher Richtung 4 müsst ihr. Okay außer rechts. Dann solltest du sie erstmal weiterlaufen. Passt mit der 1 auf auch wenn die wirklich eine Evolutionsbremse ist. Das ist nicht feierlich. Das kann nicht jeder Soldatintelligenz sein. Und wer für die Uni dort oder für das Kartell arbeitet. Das ist eh schrotzend da hinlegen. Naja. Hm. Ich erkläre mich der 4. Die waren da. Ich würde sagen. Das Gebäude ist glaube ich sicher oder? Ja. Ich gehe mal aufs Dach um zu gucken. Die 4 ist mit dem Rücken. Kleinen Überblick zu holen. Die 4 steht da ganz. Ist es draußen oder drin? Draußen. Ich glaube ich sehe den Helikopter. Handelt es sich um einen Apache. Schi? Ähm. Der Helikopter ist erstmal noch nicht interessant. Wir müssen den Piloten finden. Okay. Ich werde zu sagen wo der ist. Also die 1 ist halt echt. Die 4 schläft. Äh. Ist in den Zelten bei der 1 noch jemand? Ähm. Guck ich gleich. Er hat irgendwas gesehen. Er hat irgendwas gesehen. Er ist aufgeschreckt. Ja. Irgendetwas. Zielkonferenz sagt mir was. Wo ist ich hin? Wo ist der Dreckspilot? Kein Kontakt. Achtung die 3 ist ein Befehlshaber. Der befindet sich im Gebäude. Äh. Ich glaube der 1 geht es wieder gut. Ja. Der hat doch gerade um eine Gehirnwindung gekrampft gehabt. Ja. Was fühlt ihr denn da dort? Denkt ihr das ist irgendwo. Wölzer schläft. Sehr gut. Vorsicht die 2 patrouilliert. Die läuft. Ja. Wir brauchen immer noch Weisung bei der 1. Ähm. Die 1 scheint alleine zu sein. Zumindest soweit dass man sie ausschalten könnte. Also Schussbefehl? Ähm. Negativ wenn möglich. Moment wir haben scharf. Schausschützen. Der ist da im Turm. Der könnte euch sehen wenn der 1 läuft. Wobei jetzt gerade bewegt er sich. Ich kann den Schausschützen noch nicht sicher treffen. Die 1 hat sich auch bewegt. Ja. Der Schausschütze schläft. Ja. Die 1 ahnt irgendwas aber keine Ahnung. Die ist jetzt direkt unter euch. Echt jetzt? Du bist der mieseste Ghost aller Zeiten. Ach das so. Nein. Er hat dann jetzt geschossen. Der hat dann jetzt geschossen. Weaver. Das müsste meiner gewesen sein. Ich glaube ja. Niemand schießt. Nur ausschalten. Wenn ihr greifen könnt. Wir dürfen wirklich niemand töten. Doch töten dürfen wir. Achso. Machen wir doch die ganze Zeit. Ich habe noch keinen erschossen glaube ich. Naja nicht schießen. Aber genickbrechen. Dann hast du es immer noch leiser. Wo bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Ich habe aber auch einen erschossen gehabt. Von da. Verdammt. Verdammt. Nicht hinten rausgehen. Doch ist alles voll mit Gegern. Vielleicht sollten wir erst mal das Licht ausmachen. Aber ich weiß nicht mehr ob das sicher ist. Schön dass ihr es geschafft habt. Quatsch. Nein. Nicht alles. Mittlerweile hat die Uni Dachgeladung im Wutfläuber. Und wartet nur nach der Raus. Die kann der Rest zu schaffen. Warum haben sie sich den Vogel nicht einfach geschnappt? So einfach ist das nicht. Die schreiben hier Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt. Und nur der Pilot kennt den Code. Also schnappen wir ihn und seinen Code. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Halssporn doch allein regeln können. Der Code ändert sich täglich. Woher sollte ich wissen wann ihr Relikte hier auftaucht? Mit dem Code hätten sie jederzeit rausfliegen können Kleiner oder? Nun nicht jeder weiß wie man so ein Ding fliegt. Scheiße. Wiehle. Die Speicherkarten. Fehler. Oder du? Ja. comment und den abo da und vergesst die glocke nicht auf wiedersehen